Mein guter Bekannte Peter und ich laufen heute gemeinsam aufs Hörnli mit 1150 Metern. Der zweithöchste Aufstieg in der Schweiz auf dem Weg. Leider ist das Wetter ganz furchtbar. Es regnet ohne Ende und die Aussicht ist bescheiden. Aber wir machen uns gleich rauf und irgendwann sind wir hier oben. So nach der sehr regnreiche Etappe bin ich mit dem Vater zusammen da oben angekommen auf dem Hörnli. Von der schönen Aussicht haben wir leider nichts, weil es regnet und alles ist Wolken verhangen. Aber die Stimmung hier oben ist super wie ihr hört. Und entschuldigt mein Schweizerdeutsch. Ich schreibe darunter die deutsche Übersetzung. Ich wünsche euch gleich noch eine schöne Wendung. Es hat also weiter geregnet bis wir, ähm, bis ich in meinem Quartier angekommen bin. Darum gibt es heute auch nicht so viel Video und viel Gerede. Ich bin froh, wenn ihr jetzt im Trocknen und im Warmen bin und wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut!